Auch im Kurpark Bad Reichenhall fühlt sich Pepper sehr wohl. Schön, ruhig und sauber. Ein fröhliches Hallo aus Bad Reichenhall, meine Lieben. Hier seht ihr Pepper und Joe toben im Kurpark. Pepper hat ein Stöckchen gefunden, hat es erst mal bearbeitet, bis es ihm genehm war. Und dann ging es los. Mein Gott, dieses Gewackel immer. Ich hab das noch nicht so richtig drauf. Aber ich übe. Hallo. Nochmal, Schatz, jemand sagt kaum was. Hallo. Wo ist der Pepper? Pepper, wo bist du da? Ist der gute Hund. Du bist gut. Jetzt reicht's. Schön hier. Superschön ist das hier. Da hinten ist eine Schule. Und hinter diesen Büschen da ist ein Schild, da steht dran, das grüne Klassenzimmer. Da sind überall Bänke im Freien, im Kreis. Und da kriegen die Schüler dann auch mal Unterricht im Freien. Das finde ich total klasse. Das hier ist der Kurpark. Mal ein bisschen wegzoomen, bis ihr mehr seht. Ich bekomme schon einer, der Park. Sie haben hier viele Parks. Die Fußgängerzone im Bad Reichenhall. Auch sehr schön. Und hier sind wir bei Rebe, Mozart, Kubel, Paradies. Ein Traumenrot. Das ist so ähnlich wie Niederecke in Lübeck. Ich bleib hier, du kannst mich dann abholen. Ich bleib hier, du kannst mich dann abholen. Ich bleib hier, du kannst mich dann abholen. Das ist das Kaffeehaus Rebe. Und da wir ein bisschen aufs Gewicht achten müssen, unsere Ausbeute. Das alte Rathaus von Bad Reichenhall. Das ist das Kaffeehaus. Genau. Ein sehr netter Ort, Bad Reichenhall, zumindest was wir gesehen haben hier war richtig schön. Jetzt will ich mal versuchen, noch ein paar Eindrücke von der Strecke nach Ramsauf im Bild festzuhalten. Es werden auch schöne Strecken zum Motorradfahren hier. Leider hat es wieder angefangen zu regnen, seitdem wir aus Bad Reichenhall raus sind. Unser heutiges Campingmenü Frutti di Mare mit Gemüse Nudeln. Die Nudeln, das sind aus Linsen gemachte Nudeln. Und ja, da sind die Frutti di Mare in Knoblauch geröstet und die sind da drin in einer schönen Tomatensauce. Bisschen Parmesan drauf, frisch gerieben. Eine wunderbare Mahlzeit für den Camper. Da steht unser Wohnwagen im kalten Bayern auf dem Campingplatz. Jetzt drehen wir den Film. Luis und Annetta Tränker, der Berg ruft. Lieber hin zum Wohnwagen und Tränker heißen Tee. Wir frieren. Moin. Wenn du morgens bemerkst, dass das Shampoo in deiner Kulturtasche ausgelaufen ist, dann kann der Tag nur besser werden. Also heute regnet es immerhin nicht, aber dafür ist mir das dann passiert. Nun werden die Sachen erstmal hier in aller Ruhe getrocknet, nachdem ich sie abgewaschen habe. Oh, jetzt schneit das richtig, du, das gibt es ja wohl nicht. Ich glaube es nicht. Wir sind echt Hardcore-Camper, du. Frühstück und tatsächlich, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ja leicht. Es fängt an zu schneien. Ja, ich bestelle schon mal den Weihnachtsmann. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Siehst du, ich habe gesagt, ich habe kalte Füße. Meine Mutter hat immer gesagt, ich habe kalte Füße, das gibt Schnee. Ja, toll. Da ist wohl wirklich was dran. Schnee. Jetzt scheint die Sonne wieder. Mal gucken, um 11 Uhr entscheidet sich das Wetter. Jetzt ist halb 11. Es besteht noch Hoffnung. Der Schnee ist ausgeblieben. Dann hätte halt eine neue Freundin gefunden. Ja, Mutti, sag einmal, alter Schmutter. Nein? Ja, Schmutter. Ja. Ja, Mutti, was machst du denn? Mutti, Mutti. Und als Dank für die Aufmerksamkeit hat die Katze ein Geschenk hier angebracht. Eine gefangene Maus. Ist das süß. Wo ist sie? Wie die damit kommen? Hier erlebt man das. Oh, Herr. Ich bin schon am Kumpel, Mutti. Das ist ganz, ganz bald. So, ich habe der Frau versprochen, die mit Klopapier in Müll zu tun. Ich mache immer Klopapier. Ich hoffe, wir sind damit einverstanden, das Raubtier hier. Das Wetter kann uns nicht schrecken. Was? Hier gibt es überall Wanderwege. Das hat er gemeint. Man hat uns vom Schneesturm gewarnt. Ja, da ist er. Aber was soll's, wir machen weiter. Camper sind hart. Eben habe ich gerade unsere Sanitäranlagen im Wohnwagen erneuert und gereinigt. Wie das geht, zeige ich euch ein andermal. Da hatte ich Glück. Die Sonne schien und jetzt schneit es schon wieder. Ein ewiges Hin und Her. Aber ich denke mal, das sind die Eisheiligen. Scheißheiligen. Scheißheiligen. Und die enden morgen. Also Hoffnung besteht noch. Wir geben nicht auf. Hier die Hecke, die auch langsam immer weißer wird. Guck mal, das schneit wieder kräftiger. Ja. Am besten hältst du mal gegen das schwarze Auto. Da sieht man das am besten, glaube ich. Gegen unser Auto. Ich glaube, das sieht man auch so ganz gut. Herrlich beim Tabat sind auch die Panoramafenster vorn und hinten. Ich weiß noch, vor zwei Jahren, da warten wir auf. Mit Blick auf den Gardasee. Herrlich. Und jetzt sehen wir Schnee.